Musik 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 Zugleich braucht eine solche Region aber auch Orte, wo man mal experimentieren darf. Und ich denke, das ist so ein Ort, experimentieren natürlich auch immer auf einen guten Grund. Was ist wichtig, dass es in der Gesellschaft überlegt wird und wo können wir so ein bisschen einen kleinen Schubs geben, dass sich Menschen zusammentreffen und darüber mal nachdenken. Es ist ein Ort des Denkens, aber auch der Meinungsfindung. Und ich finde, es ist so ein Ort, wo man einfach probieren kann, wo man mal von nichts bestraft wird, wo man einfach das machen kann, was man auch mal will und wo man auch genug von der Gegenseite halt mitbekommt und es einfach auch schön findet. Und ich denke, nur wenn man diese Experimente macht, dann kann man zueinander auch finden. Musik